moin was geht hier ist euer rap marik und ich habe für euch einen ganz kleinen solo money glitch ein kleiner trick und zwar braucht ihr den karin rebell dafür der kostet 3000 euro 3.000 dollar wenn ich mich jetzt nicht irre und ja mehr braucht ihr eigentlich jetzt gar nicht dann müsst ihr ins ls fahren und ja dann müsst ihr unter hupen eine besondere hupe aussehen und zwar ich glaube das jetzt die lkw hupe ja dass die lkw hupe die sucht ihr aus und das sind auch 2000 dollar und dann vertickt ihr das auto mal guckt mal was ihr bekommt an geld denn ich habe 9300 dollar gekriegt und wenn ihr das jetzt mal so zusammen rechnet ja dann merkt ihr schon dass ihr ein plus gemacht hat ein gutes plus und naja es ist ganz klein wer mal seine miete meinem schneller zahlen muss das ist auch immer was für ihn also das war es jetzt von mir war sehr schnell alle leute haut rein ciao